assalamu alaikum meine lieben hier ist wieder die chadiga mahmoud is waiting you look for what we are doing today yes also wir haben hier hühnerbrustfilet logisch heute gibt es soja chicken panee und ich zeige euch mal wie wir das panee machen und mahmoud you're helping me today in the kitchen yes hamdallah a little bit ok so dann legen wir mal los yalla sagt er ok also wir haben ja diese brüste hier die schönen dann mache ich einmal so wir müssen die ja auch jetzt schneide ich mir mal i hope i don't cut my hands my hand will work later chick dann haben wir von 1 3 und so machen wir das weiter und dann sehen wir uns gleich wieder we will see us when all is cut it cut it jetzt sind sie alle gut geschnitten ihr seht der gefrierbrand hier ist ja klar ne logisch wir haben die besten ausgesucht wer uns verfolgt hat beim einkaufen die hatten ja alle zur hälfte gefrierbrand wir schneiden das nicht weg mahmoud sagt you say dieses adi die sind das gewohnt alles alles ok not i say normally we remove it or we don't eat it im öl stirbt alles sagt das so guck mal wir wälzen das ein bisschen das ist lecker ja you must come here that the people see if it's possible genau einmal in soja tunken und dann panieren wir die dinge ich bestimmt nicht meine erfindung gibt es bestimmt irgendwo bei der chinesen oder so ne es ist dagegen nach da eh dagegen gibt es heute kein mehl sagt er but this is a new you know i don't like to eat the all the time the same we must change just stay my life was one man but the rest i change this was in my tongue i know why i don't must not change ja ich muss viele veränderungen haben sonst wird mir oft langweil muss immer was anderes probieren aber mein leben bleibe ich mit einem mann sagt er das war auf seiner zunge warum tauscht du mich dann nicht aus eywa la we don't make this maybe you change me and then and then and then what i make you the life in the hell wenn er mich austausch macht ihm das leben zur hölle i come with a niqab and look what you do and we are just joking now you have no joke for this you can arrive here after this what you think what you mean the way soja ist helsi soja ist gut oder habt ihr irgendwas gehört dass soja nicht gesund ist israeli also only the thing is coming from china die i think product of china that's the dangerous thing das ist das gefährlich aber sonst alles lecker okay weiter geht es der extra crispy mix aber das ist nicht extra crispy da steht es nur drauf also wäre das extra crispy würde es mir nicht schmecken weil ich mag so so zeug nicht aber das ist nicht crispy guck da ist kaum was dabei das ist zu wenig also wenn man so tut es ist okay aber es ist mir sagt dem schwabbeln glaubt man sagt latschig schmeckt latschig schmeckt latschig wie ein latschiger schuh das ist zu wenig also machen wir noch drauf da kommt auf jeden fall noch salz pfeffer ohnedeep ein bissel kreuzkümmel nicht so viel weil ich mag das nicht und kreuzkümmel bevor ich das braucht es nicht Und dann mische ich das Ganze, warte, dass es nicht so eklig aussieht. Noch mal einen Löffel, gell, mit dem Löffel. Natürlich habe ich, es gibt noch Buxomat, diese Stangen, die kann man auch schreddern und dazu machen. Oder wenn man halt Semmel hat, Brot oder so, kann man das auch mit rein. Toastbrot, you can make toast in the salad and put it together. Kullumunken, but I don't have now. The best was with Buxomat. You found not? I forget to tell you, I know. Fee here or what in the village? Can be. Kullas, das war's, guck. It should immer hier. Buh-bye, eigentlich ist das okay. Guck, kann man gleich reinmachen. You put it in the freezer? Bismillah. Mahmood, what do you mean? I put it when we are finished in the freezer to use it the next week or next month as we want. Vibration. So, chicki-chicki-chick. Tarnieren. Einmal Zwetschge, so läuft's. And the next time you can make it up. Inshallah. Inshallah. And then lassen wir das dahinter auf dem neuen Teller. Dahin vegetieren. And where you will be for the next time. What do you mean? Is this an Egyptian joke now? Die Ägypter machen immer so Witze, weißt? Da kapiert man, ich kapier das nicht. Na ja. Make it more. That become heavy. No, Mahmood, we need to save for we have no money, you know. The machine become heavy. From one you can be satisfied. Ayoa. Also, ich soll mehr panieren, dann bin ich schneller satt, wenn da mehr Brot drauf ist. Yesterday you eat one bread in the lunch. Can't believe this. Na? Before yesterday. Before yesterday. Ayoa, sag. What do we eat with this? We make a good Salatat, Mabat. Russ. Reis, Yasmin, Russ. Mhm. But, wir panieren alles und dann braten wir nur die Hälfte an. Die andere Hälfte gibt's morgen, die zieht dann noch durch im Kühlschrank. Na, Leute, also von dem her. Ach so, und Mehl kommt nicht? Wir machen das genau so rein. No Degik. Here, this is the Panit Degik, Mahmood. After the divorce, you can teach your new wife. Nach der Scheidung kannst du es deiner Frau zeigen, dann, wie die Deutsche das gemacht hat. Und dann, weil das ist einer seiner Lieblingsessen. Und das soll ich immer wieder machen, ne? Diese gekauften, the Marca Reddy, what is the name? Here, Marca Reddy. From this? Bané? Bané, ah. What your sister Alatul bring. I don't know. Habibi, you know the Marca. See, Bané Reddy, I mean the kiss you mean? I do, I work, ready, Pané. What is the name? Ah, I... This is... Kintaki, nein. Cookie. Cookie, genau, Cookie. Oh, die lieben Cookie. Ich finde das gar nicht gut, weil das Cookie ist so... Das schmeckt nicht richtig gut. So, so, keine Ahnung. Das ist so plastikmäßig. Weißt, ein Fertiggericht. Das ist fertig paniert, ist schon irgendwie vorgekocht. In einer Minute kannst du das Hähnchen essen. Also, das ist nicht so. Aber ihre Kinder von meiner Schwägerin, die lieben das. Die essen nur das. Und was ich auch erzählen wollte, hättet ihr gedacht, dass ägyptische Kinder, ähm, I changed that it's not sticky in this finger Alatul, dass ägyptische Kinder wählerisch sind. Also, die Schwägerin, das ist der eine Sohn, der isst keine Tomaten und kein Fuhl. Die andere, die isst, ähm, überhaupt gar kein Fleisch. Und die muss... Und die essen, wenn Fleisch, nur Hackfleisch oder Cookie. Die hat richtig Probleme. Kein Rindfleisch, kein Hühnchen. Ne, was sollen die dann kochen? Kein Fuhl. Eier mögen sie auch nicht mehr. Also, die weiß nicht mehr, was sie kochen soll, ne? Und ich denke, dass es einfach daran liegt, und ich kenne viele, die so, so, so schleckig sind, weil sie immer das Gleiche kochen. Die kochen das Gleiche und dann haben die Kinder schebecht. I told from Selwa, the children, schebecht from all this. They don't eat lahmah, they don't eat this chicken. There's something not in the hand. Some mini refuse in the lahmah. I know, I know. Also, that bias means also. Not about the lahmah, it's about all the... The way. La, because they eat always the same. I will also bechebecht soon. Die essen immer das Gleiche, weißt? Bei denen gibt's Montag, Dienstag immer die gleichen Sachen. Da hab ich auch keinen Bock irgendwann mal. Ich hab ihr gesagt, du musst ein bisschen ändern. Meine Kinder essen alles. You see, they eat all. Just keep it, I'm not. Mashallah, mashallah, mashallah. And why you're laughing now? Laughing, yeah, because, alhamdulillah, we can say, alhamdulillah, that we found the food, even if it's the same. We must not complaining, alatul. Yes. Accept it. We must say, alhamdulillah, that we have to eat and not complain, it's not. And that and that and that. It's just like children. Ich kann das nicht glauben. Und sie sagte immer, ihr Sohn is das nicht, das nicht, das nicht. Also ich hab Hähnchen, er isst kein Hähnchen, paniert. Nee, er mag, he don't like the fish, sah. Der Abu, die mag kein Fisch. Ich hab ihm dann mit dieser Methode Fischfilet paniert und er hat geglaubt, das ist Hähnchen. Und das hat er gegessen. Weil er gedacht hat, das ist Cookie. Er dachte, das ist Cookie, dann hat er es. Fisch. Ah, ja, es war Fisch. Ich sagte zu ihr, ihr müsst das Filet bringen und es so machen. Und sie sagten, das ist Cookie. Yalla. Fertig. Okay, gut, fix und fertig. Das trinke ich jetzt aus. Wir trinken das. Make the party. Und dann... Wir tun es nicht zurück in die... Du bist der Beste. Yalla. Okay. Poker Face. Take care. Please. Your nice finger. Jetzt machen wir einen kleinen Salat. Das ist der Rest, was wir noch da haben. Eisbergsalat schneiden wir in Streifen und genießen ihn. Ja, wir haben den irgendwie ausgesucht, aber haben ihn nicht mitgenommen. I hope you don't pay for it. This is for the chicken. This is the chicken gazar. Okay. Also, please take care. Make it in slices that we have much from this machine. Thin, very thin slices. In the halat. In the halat, okay. Wir machen es im Mixer. Dann haben wir mehr vom... Von dem Salat. Okay. I put my hand inside and take it so like this out. Then you have... Your big hand is not working. Don't throw it, Habibi. Take care of your finger. Ah, you make like a cheese now. Like you are the boss in the kitchen. Guck mal, der Chef koch. Ah, das kann ich euch auch mal zeigen. Kommt doch her. Wir haben hier unseren... Er sagt immer, warum ist der Herz so sauber? Das macht den Herz sauber. Cetris ist Chemiekeule Nummer 1. Aber das Ding hat, äh, ja. Multi-Purpose. Könnt ihr mal kurz angucken, was das alles kann. Ich dreh mal rum. Macht ihr mal einen Screenshot und könnt lesen. Ist das... Ne, das ist... Doch, das ist auch auf Englisch. Na, könnt ihr... Ich mach's mal groß. Alles zum Reinigen. Und das Ding geht weg wie nix. Also ich hab's über Nacht einwirken lassen. Und dann, ja. Die Dinger struhe ich jetzt in die Spülmaschine immer. Und balas. So, jetzt mach ich mal meinen Jasmin-Reis. Da ist er. Jalla. So, heute war er gut. Only two pieces in the floor. Gazar. Gaz, Alhamdulillah. Er hat nur zwei Stückchen verloren von dem Karotel. Dies ist gut für dich. Normaler sieht es schlimmer aus. Tum, komm an. Was du brauchst? Tum. Tum. Mahmoud. Nicht in der Salat da, in der Harda. Laus, mach. Der will auch Knoblauch in den Salat tun. Für die Angst, für die Virus. Es ist okay. Okay, wir nehmen auch Schnittlauch noch, ne, haben wir noch da. Jetzt mixen wir alles. Dann mach ich Apfelessig, Öl, Wasser noch ein bisschen mixen und Honig rein. Salz, Pfeffer, fertig. Das ist der Assel, was du von diesem Honeyman bringst. Also ein guter Löffel, gell. Hab ich jetzt ein bisschen warmes Wasser rein. Das wird dann, also nicht heiß, ne, wichtig, nicht heiß. Warmes Wasser, gut rühren. So machen wir noch rein. Salz. Jetzt open this all and the Russ is in the bag. Eins, zwei, drei, vier, fünf, was? Fünfmal der gute Apfelessig. Dies ist unsere Wurmkur. Dies ist gegen die Ruh armas. In the stomach. Ge 위, even für die Chicken nicht richtig. einem, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ne, 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 ne. 원�innen. 회peuteratet hat. Wir müssen in den Br Facebook-deilen sagen. Was heißt du damit deswegen? Hechnt. Ich bin ein Hundred. Sofurft. Sehr gut, musst du immer testen, Leute, wer nicht testet beim Kochen, dann wird es nix. Molochea, sagt er. Also jetzt machen wir erst, we must wait, we will not put it now. Dann ein guter Euluchalas, wir machen sie mit dem Kühlschrank. Also warmes Wasser, dann tun wir das jetzt in den Kühlschrank, dass es abkühlt, weil das hat sich jetzt verbunden, der Honig mit dem warmen Wasser. Weil wir tun den Honig natürlich in den Kühlschrank, wegen den Ameisen, Ashanamla, I say. We have to put it in the fridge, dass die Ameisen da hinkommen und den genießen. Super. Ah, und hier, show us the lovely roots. Now, this roots, I don't want to have it dark, if it's possible for you. I make it like this, mache. Mache. So, wait, I make, come, bismillah. Best moment. Okay, it's possible, then, when it's supposed. Dreimal, gute Hände voll und buddisch. Einmal rumrühren, Feuer wieder hochstellen, ich habe es kurz runtergedreht. Ja, die Körner haben ein bisschen, das ist Jasmin-Rust. Don't lose the corn, it's expensive. Genau. Hallah, this was it. Now I bring the Hallah, we make the Panee. So, Leute, wir machen hier immer so zwei Löffelchen, Esslöffel, nicht Teelöffel, Butterschmalz und dann mischen wir es mit dem Öl, weil das gibt nachher den guten Geschmack. So. Aber zu viel ist natürlich dann auch nichts. Und dann, so, für die panierten Schnitzelle. So. Hallah. Bismillah. And how, wie viele Stücke isst du? How many you eat? Five, actually. Not much. You? How you will eat five? Huh? With my mouse. I know. With your money, you eat one. Ich habe gefragt, wie viel Aua, ah, ins heiße Öl gelangt hier rein. Fifty. Aua. Say what shit I mean. So, das ist es jetzt. Ach, in meinem Reis habe ich hier auch natürlich ein bisschen Butterschmalz, wie ihr seht, für den guten Geschmack, gell, ist klar. So, jetzt schon mal da noch ein bisschen Wasser nachfüllen. So, die letzte. Leute, ich muss euch noch was erzählen, wenn du mit einem Ägypter verheiratet bist. Also, ich habe abends keine Lust, was zu machen. I tell the story that I don't have mute to tell, to make you evening food. The dinner, you know, the lunch mash, but the dinner, I don't know. Du kochst den ganzen Tag und dann sollst du abends nochmal kochen. Für den Deutschen machst du ein Wurstbrot, noch ein Tee hin und das war's. Nee, der Ägypter, der braucht Rührei, Fuhl, da muss ich noch ein Brot in der Mikron warm machen. Dann noch irgendwie Mechelle dazu irgendwie. Da muss tausend kleine Sachen auf dem Tisch stehen. Bisschen Käse, bisschen das, das, das. Also, das macht mich wirklich, ja, Jungen, Beert und Gibner und Fuhl und Kullerhäger. Ach, lebt mir Laune. Und der isst das aber auch alles, ne? Der isst das alles. So, jetzt muss die Mama mal probieren. So, jetzt muss die Mama mal probieren. Now I say my children eat everything and he make the big Wurst, yeah. Good? The three looking different now. Yeah. Soja. Aywa, soja. Mordar. Aywa, this is Lahma. Aywa, jones, Lahma. Wir essen gleich, wir essen gleich. Mal, ich hörts, für die man sieht und die Lahma. Ah, ja. Ach, der Reis ist gut. Jetzt machen wir den Deckel drauf. Feuer aus. Das ist Amina, das ist Amina reich. Ja, die Amina ist auch reich. Das ist nie reich. Okay. So, meine Lieben, das war's. I think... This is mine. This is mine. This is mine. Der gute Salat, gell? Da ist er, da ist er. Schön in der kurzen der Gefriertruhe gewesen, dass es kalt wird, schön gemischt an den Kühlschrank. Na, Mr. Jonas is what is now. Come is it fadal. Mr. Prince. Ja, na, Jonas. Bon Appetit. Das war's wieder mit dem Video. I will take Salata in my Roos and then I mix it and inshallah will be good. So, Mäusin, schmeckt's dir? Alles lecker? Ja, schmeckt mir. Es ist richtig gut geworden. Chalas. Okay. Mahmoud, you like the Lahma. Ah, you don't try the Lahma. This is the important, the new Lahma. Mm-hmm. Guten Appetit. Mm-hmm. It's good? On the point. What? In the point. On the point. Chalas. Okay, also Bon Appetit. Piep, piep, piep. Wir haben uns heute nicht lieb. Also, wenn euch das Video gefallen hat, ist es natürlich kein Spezialvideo, was weiß ich. Einfach nur so, wie wir mein Mann und ich ab und zu mal in der Küche kochen. Bis die Tage, mercy, lahma. Bye, bye. Boy, boy.